Musik Morgen! Ja, hallo! Du musst die Trudel sein. Trudel! Willkommen auf jeden Fall hier zum Selbstverteidigungskurs. Bei jedem Training begrüßen wir uns mit dem Ritzurei. Ganz einfach, wir stehen uns gegenüber. Und verbeugen uns. Trudel! Traude! Dann zeige ich dir jetzt erstmal ein paar Wurftechniken. Zuerst den Teki Shodan. Du nimmst den Angreifer hier oben am Kragen. Und dann schmeißt du ihn einfach über deine Schulter. Okay? Gut. Trudel! Traude! Pass auf, wichtig beim Karate, ne? Ist der Kiyai. Ja. Der Kampfschein! Okay. Okay? Ja. Wir üben das mal. Ja. Ich mach vor und du nach. Ja. Noch einmal. Noch einmal. Pass auf, Trudel, du musst dich echt lockerer machen. Trau du. Du musst dich freier machen. Okay. So? Nicht so frei, Trudel. Trau du. Schnelligkeit und Kraft, darauf kommt es an. So kann ich mit meinem Kopf auf dieses Brett hier schlagen. Ja. Und schon habe ich zwei Teile. Und jetzt du, Trudel. Trau du. Trudel, du solltest das Brett mit dem Kopf in zwei Teile spalten und nicht andersherum. Ja, das war dann schon dein erster Trainingstag. Ich finde, das hast du gar nicht schlecht gemacht. Ja. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder, Trudel. Trau du. Ja. 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 Ja.